Herzlich Willkommen zu meiner heuteren Folge von Heroes and Venuels. Wir haben hier wieder zwei Kameraden dabei, nämlich einmal Manuel. Moin. Sprich. Moin. Ah, okay, sehr gut. Und dazu haben wir einen anderen, der nimmt noch nicht teil. Der kommt ja später dazu, das ist Trando. Hoi, da ist los. Ich habe nichts verstanden. Sehr gut. Los geht's. Ich habe Corona gesagt. Ah, ja, okay, okay, okay. Los geht's. Wir müssen ballern. Die ist heimlich weggebombt. Die Front in Venuels ist noch nicht zugebaut. Jetzt gibt es die taktische Luftunterstützung. Mal sehen. Wenn das Spiel es dir erlaubt. 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 Ach nee. So, wir haben zwei neue Rekruten. Habe ich gesehen. Sehr gut. Du bist ein Führer? Ja, ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ja. So krass als hätte ich es nicht sagen. Sag mal, gib mal her deine Aufnahme. Wie bitte? Er möchte dir zuschauen. Das ist aber schlecht, wenn ich noch eine Aufnahme mache. Leute. Hier hast du. Hier hast du. Wappen ich hab mir die Gehaltserhöhung und die und für die alter so unfreundlich und werden wir auch Wappen lustig ist der Einzige Trupp mit dem ganz komischen Namen und Brücken natürlich aber und es ist der Einzige der überhaupt sich er hat die Dippel die Möglichkeit genommen hat sich zu benennen so alter ok Deutschland wird verlieren so push 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 Leute ich will nicht mitgenommen ich hab das ich bin aber im D der spezielle auflage ist noch von der alten zeit als das spiel noch gut war das ist die neue preußen das ist die neue preußenwaffe ja ich muss sagen als schapsschütze habe ich ja immer noch das gewehr 340 aber mit null aufsetzen ja ich bin auch ein guter schapsschütze muss mit augen zu überschießen das ist auch geiler mit augenmaß so da kommt er scheiße ich war zu langsam kam eine sekunde zu spät an scheiße ich nehme den Basuka mit zu für später was ich habe daneben geschossen auch ein weil mit dem Kiebe feuer wer hat sie durch die neue Maschinengewehr zu mitnehmen die Pilotspielen aber wie bei der Leyen das Spiel mag ich nicht doch mit der Klinik betreten damit wir es nicht gehen mit Maschinengewehr in den Kampf und das Motorrad ganz schön schnell angekommen ich bin am Geh, so probiert ich bin am Geh, so probiert ich bin am Geh ich bin am Geh heiße, ich wurde angeschlossen, warum immer ich warte, wir sind jetzt mitten in der feindlichen Stelle, wir sind jetzt richtig gefickt jetzt läuft, einfach rein da ah, ich muss nachladen, scheiße ah, ich wollte gerade auf, du bist geschossen oh, ich bin zu weit hinten gespawnt, verdammt was sagst du, wie stehen die Chancen? Null ich meine nicht, ich bin dran noch 100 Prozent Herr Zuschauer, wie stehen die Chancen? die Chancen sehe ich ein, soweit ich es sehen kann die Russen das geht nicht noch mit 5.000 tropfen ich bin da geht so los, so, 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 so ich bin warum ist unbedingt überall Panzerfallen hinstellen ich bin gleich wohl nicht ab steig ein einen Punkt er wird mit dem Eckmann er wird mehr gewähren Volgas und er hat noch ein bisschen abfahrt sie müssen ja bedenken die Kamera ist manchmal bezüglich das weiß ich aber nicht mehr als 8000 Karte Fahrzeug das ist er Weltkrieg ja achte aber los geht's Kinkley, lass mal nach dem Weg, schau dich dran! Aussteigen! Go, go, go! Wer kam mit dem Krieg, mein Junge! Wer kam mit dem Krieg? Komm, Kinkley! Nächste Runde musst du auch mal Piloten spielen! Kinkley stirbt durch eine PPSH, sag ich! Er nimmt einfach gar keinen mit, ist auch eine gute Wahl! Alter, Kinkley! Wunder hat sicherlich wehgetan! Kinkley, komm mit Donalds! Kinkley, wir fahren hiermit jetzt noch mit Donalds! Ja, Alter! Erstmal McDonalds aufräumen! Achtung, Abis! Raus hier! Alter, stilvoll guter Kass! Hier drin! Ah, da war ja einer drin! Alter, da sitzen dann erstmal drei Russen drin, alle Rennereien da, alle sterben! Jo, das ist nicht so gut geendet! King Slay, hast du Granaten dabei? Nee! Ich würde das Haus mit Granaten kaputt machen! Ich bin granatenarm! Alter! Das sieht echt schmerzvoll aus, Alter! Alle Rennereien da sind so hoch! Alter, rein da! Rein da, pump! Alle raus! Das ist so! Alter, ich kann dir sagen, keiner hat's geschafft! Alter, da! Das, ich glaub, wenn wir alle zusammenspringen, ich glaub, das sterben wir auch einfach! Ja! 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 Das ist ne Stellung geworden dort, ja! Die haben da aufgerutscht! Alter, ich bin die in der Episode bezweifelnd! Besser, die haben da aufgerundet, anstatt aufgerutscht. Go, go, go! Schnell, rein da! In die Stellung! Ah, warum immer ich? Ich will absteigen! Sofort weg! Sofort tot, Alter! Die Waffe, die dich vorhin getötet hat, also gerade eben, die heißt WetLM. Ja, Alter! Aber ich werde halt immer wieder wegessen, zumal ich irgendwo auf dem Fahrzeug bin. Wenn immer der erste Weg geschossen wird. Joget, die überrennen uns einfach, die macht Masses Klasse. Ja, die sind draußen. Das ist ja schlimmer als die, aber die hier. Das ist ja auch mal die hier. Bei deutschlandern funktioniert das nicht mehr. Die Sterben einfach wie die. Na. Wie kalt man alles noch mal? Alter, im Wunder war gerade gnadenlos massakriert vom Gehirn. Gegner, ne? Na, aber zumal wird der PSA an und wird kaputtgefunden. Da steht er aber so im Gehs aufgestellt, und dann kommt es da angefangen, aber dies teilt. Bob, 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 alles weg. So zärt ihr schon wieder über die Sitzung. Äh, dies war rüber, aber was ist gefeilt. So zähe ich, Alter. Soah, ich bin mir ganz schlecht die Steppe, und dann bin ich sowieso wieder. Haaah. 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 Eiter. Eiter. Gibt's nicht. Man kann doch diese, die Kopf aus der Deckung nehmen. Noem, nee, 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 nee. Oh, bollab man! Aulolololololololol. Eiter. Ihr werdet mit Bomben geschmissen. Ah! Nur angeschlossen! Verdammt! Es ist Comedian für ihn! Es sind noch die alten... Es sind noch diese altmodischen Videokameras, die einfach... Einfach... Einfach zurückschauen in die Kamera! Ah! Stopp! Dreh doch das Fahrzeug richtig! Dreh die Scheiße, Günther! Dreh! Sag mal, die Russen haben so'n Power-Up-Rate, glaube ich. Ja! Und was stimmt bei denen nicht? Ein Verteidigungs-Botos! Verteidigungs-Botos! BASUKA! 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 Angriff! Pfff! Wenigstens so bekomme ich Punkte. Und an, du stimmst! Ahaha, abc36! Ahaha! Ich wurde instant weggeschossen, ein Kopfschuss mit einem P, Alter! Geil! Irgendwo auf der anderen Seite der Welt, ein Schuss weg war ich. Geil! Wo stehst du mich als der Kingflay? Ah, Gegner hat Unterstützung von leichten Panzern! Geil! Pampa-Aroo! Von der P, P, H, 2,40! Alter, sag mal, was sind das denn für Leute, die töten ja... Voll geil, Alter! Da kommt noch mehr! Du brauchst so ein Matchmaking! Alter! Alter! Digga, ich fühl mich hier wie ein Winter! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich bin low! Ich bin low! MEDIC! Gibt's nicht, du Pussy! Warum hat der Scheiß-Russe ne Topson gehabt? Das sind große, die sind alle, ihr habt mit den Amis. Warum haben die ne Topson? Alter! Hier ist ja richtig Blitzkrieg! Ab ins Haus! Ah! Da kam eine und ihr... So, wenn sie einen anderen kriegt, zum nächsten Klick war das zu! Ihr kannst doch nicht join, das ist schon so lang weiter zu! Na, tu ich! Trotzdem hab ich schon mal das Spiel offen! Kannst du haben! Ja, das ist ein Gefahrzeug und die werden nicht genutzt! Hau! Alter, das ist doch kein Bock mehr! Ich hab 40.000 Gold! Nicht was! Boah, nicht mehr, noch kein Bock mehr! Es wird schon! Spätestens, wenn wir alle tot sind! Ich hab' nichts mehr an zu tun! Ich hab' den Scheiß kaputt! Hallo, du darfst mich auf jeden Scheiß kaputt! Ist doch gut! Sein Lachen ist immer... Das ist genau so fast so gut, wie Leo sein Lachen immer! Nein! Wir haben den Punkt! Eigentlich vor nach 4 Jahren! Der Rest, wir haben ihn zurückerobert! Alter! Ich renne hier ins Haus rein! Erstmal 5 Kanonen! Ballern auf mich ein! Der ganze Panzer hat auf mich geschossen! Ich hab's überlebt! Ah! Fuck! Lade nach! Alter! Komm da, Russe, reingerannt! Scheiße! Alter! Alter, das war Hausverteidigung seit 1945! Von allen Seiten kommen sie rein! Dinger! Ich renne hier nicht! Habe ein! Habe ein! Habe ein! Habe ein! Habe ein! Habe ein getötet! Schön! Oha! Habe ein! Habe ein! 5 Kilometer laufen! Komm schon, dann! Und weg! Ah! Und weg! Ich muss mir nicht sagen. Hinsley, komm ins Haus rein. Das hilft nicht mehr. Wir haben schon verloren. Hast du schon verloren? Ab in den Graben. Ich frag mich, wie es an den anderen Fronten aussieht. Alter, dieser eklige Ruhe und Sohn. Alter, was machst du? Ich spore nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich spore nicht mehr. Kein Bock drauf. Machst du nichts? Die Pildo machen uns richtig fertig. Matchmaking-Logik. Pack Leute mit Anfangswaffen ab in den Krieg mit gegen A-Level-Waffen. Und Headshot. Komm schon. Manuel, wenn du einfach gehst, das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen jeden Mann. Das ist ein Spiel, wo wir Spaß haben. Jetzt hab ich auch einen Fallschirm, Eger. Lass mich so gut einfach als Pilot spielen. Okay. Als Russischer oder als Deutscher? Deutscher, natürlich. War schon der Russische als Pilot? Ja. Können wir auch einen Fallschirmjägerplatz reinpacken? Gerne. Das Sache ist, es gibt nichts mehr so wie früher, wo du Plätze hättest. Stell ich wenigstens wieder. Ich... Wie König, Alter. Ja, das ganze Spiel gehabt sein, deswegen hast du jetzt auch von Anfang an ganz viele Einheiten. Das ist theoretisch eigentlich ganz gut. Naja, aber dafür kannst du nicht mehr einstellen, damit irgendwie ein Slot für spezielle Einheiten kannst du nicht mehr machen. Kannst du nicht mehr machen. Kannst du nicht mehr machen. Nur konntest du das einfach einstellen. Jetzt geht das nicht mehr? Nee. Was ist das? Ja, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Du weißt du selbst noch nicht? Ja, ich bin nur inaktiv gewesen. Ich bin schon mal ganz gut, Digger. Ich bin jetzt komplett in die Verteidigung, hab ich gesagt. Die Deutschen wurden noch weiter gedowngraded. Geil, Alter. Du bist doch nicht mehr, Alter. Du bist doch wie früher schon da. Du du rufst mich schon da, dass alle wieder drauf gehen müssen. Du sagst, wir werden langsamer, wir werden schlechter, wir werden trefft weniger. Ach, und wir haben ein Panzer. so demnächst glaube ich kauf ich mir die diese fallschirmjäger gewährung für 43 euro nicht hier ist ja häuserkrieg vielleicht nicht mehr da messerschnitte was haben wir hier messerschnitte bf 100 ich hab aber ihn mitgenommen ich finde es immer geil dass deutsch immer weiter runtergegradet werden dieses spiel und wir haben gleich verloren meine herren so was soll ich denn hier machen was haben wir keine funktion ausgewählt soll ich bei den deutschen beitreten oder soll ich es lassen warte dritte deutsch bei deutschland 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 ich bin kein spiel nicht als pilot so ah gut ich habe mir eine waffe holt für infanteristin es gibt keine generale mann es gab früher schande 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 für das volk aber schande für das waterland schande für das waterland nicht gleich spielen wir pilot die aufgabe ist im weg vollständig äh ja ich würde sagen spiel wir pilot ja dann müsstest du mich einladen herr herr vorne zu warte da musst du mal kurz aber den trupp verlassen hä musst kurz eben den trupp verlassen ach komm weißt du ich mach trupp auflösen ja ich bin ich ruhig ne du arsch scheiße wenn wir auf flugzeug 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 hier gehen können wir nur zu zweit Was ist? Ja können wir nur zu zweit! Ja, dann lapp mich ein! Hallo, ist egal! Nee! Warte, hast du schon öfters mit dem Pilot gekämpft? Hä? Hast du schon öfters mit dem Pilot gespielt? Ab und zu ja, jetzt kann ich aber... Achso, dann frag ich mal eine Anfrage gesendet für den Kingslay, ja? Ey, du weißt schon, hast du mir eine Freundschaftenfrage einfach gesendet? Ja. Ich heiße nicht Kingslay. Das ist das einzige Spiel, wo ich nicht Kingslay 3-4 heiße. Wie heißt du denn da? Paul Kingslay 3-4 Mann, Paul! Warte, ich schreib's dir. Weißt du mir Kommandopunkt? Äh... Warte, mach einfach... Lad mich einfach mal ein. So. Nee, du hast keine Truppverbesserungspunkte, du bist ja auch noch scheiße. Das geht nicht. Wir müssen den anderen mitnehmen. Was machen wir da? Panzerbesatzung? Scharfschützen? Nee, geht nicht. Also wir können Panzerfahrer machen. Zu dritt Panzerfahrer. Ja, komm, sterben wie die Fliegen. Oder Fallschirmjäger. Fallschirmjäger! Da bin ich dabei. Wer ist wofür? Es ist ein Piloten. Fallschirmjäger! Ja, Piloten geht nicht. Fallschirm! Mach das mit dem Piloten-Teil an! Fallschirm! Es klappt anscheinend so nicht. Es klappt anscheinend so nicht. Günter Faust heißt er. Bist der Name für Fallschirm. Günter Faust. Piloten funktionieren nicht. Einheiten funktionieren auch nicht. Schauschhalze funktionieren auch nicht. Schauschhalze funktionieren auch nicht! Dann kommen wir mit Fallschirm-Party. Kannst du dich darauf verstehen? Prey? Oh, so zerstört gerade. Wartet mal.